Hey Freunde und herzlich willkommen zur ersten Etappe der diesjährigen Tour de France in Procycling Manager 2022 und ich habe hier ja die Startliste selbst erstellt und mal ein bisschen reingeschaut welche Teams ich denn da interessant finde und ich habe mich jetzt schlussendlich für Borans Groh entschieden ich muss sagen EF Easypost hat mich auch sehr angesprochen mit Rigoberto Uran und Cotton East für die für das grüne Trikot aber ich denke mit Sam Bennett wird das grüne Trikot zwar ziemlich schwierig ich glaube fast unmöglich mit seinem Berg und Hügel Wert die doch ziemlich schwach sind allerdings werden wir da vielleicht die ein oder andere Sprint Etappe gewinnen können und wir werden auf jeden Fall versuchen mit Vlasov sage ich jetzt mal Top 5 weiß ich nicht ob das realistisch ist vielleicht eher so Top 10 der Gesamtwertung zu schaffen außerdem haben wir einige Leute für die für die Etappen genau so schaut es aus das Briefing wir haben hier die allererste Etappe heute von Kopenhagen nach Kopenhagen ein Prolog Zeit fahren mal gucken wie wir hier so haben Schachmann ist da der Beste aber ja Paulett haben wir auch wir haben den eigentlich derzeitigen Zeitfahrermeister aus Deutschland jetzt gerade frisch geworden deswegen ist das hier glaube ich also noch nicht integriert der hat noch nicht sein Trikot das ist natürlich ein bisschen schade aber er ist auch nicht so schlimm deswegen aber auch ein bisschen seine Zeitfahrwerte naja komisch dafür hat er eine gute Fitness das passt schon ansonsten Vlasov naja Average würde ich mal sagen für ein Klassenfahrfahrer genau Küngen ist Favorit hier Küngen ist Favorit dann Roglic dann Gerner wir sind natürlich hier nirgendwo dabei aber ich versuche mal die möglichen Rückstände ein wenig gering zu halten und gleich geht es los mit dem ersten Fahrer der diesjährigen Tour de France wir drehen uns in Kopenhagen ein bisschen im Kreis beziehungsweise ja einigermaßen ich habe die dieses Zeitfahren mal gespielt direkt als erstes glaube ich als ich mir Pro Cycling Manager geholt habe das ist jetzt schon ein bisschen her und ich weiß gar nicht mehr genau wie ich das jetzt gefahren bin ich habe auch das Gefühl dass die Zeitfahren sich einigermaßen verändert haben mein erstes Pro Cycling Manager Game war damals 2016 und dann habe ich 17, 18 glaube ich auch gezockt und 20 aber 20 nicht mehr so viel deswegen ich glaube es hat sich ein bisschen so die Taktik hier verändert wie man das Ganze angeht ähm genau wir gucken uns mal uiuiui der hat eine absolut krasse Tagesform ähm keiner mehr wie der Wert sein muss ich ich weiß es nicht mehr ich glaube ich gehe erstmal in Richtung 80 so das das Ding ist halt nächstes ist schon Blasauf dran ne also bei dem wollen wir natürlich ein gutes Ergebnis einfahren oh Gott ähm ich habe keine Ahnung actually mehr 80 sollte so die grobe Richtung sein immerhin die wir glaube ich einschlagen müssen wobei es muss mehr sein 85 na es war mehr es war mehr es war mehr 87 ist irgendwie sowas in die Richtung doch 86, 87 ich glaube ja jetzt fange ich gerade an mich langsam dran zu erinnern dann gehen wir natürlich mal noch ein bisschen höher weil wir ein bisschen verschenkt haben zu Anfang muss aber eben auch noch auf den roten Balken aufpassen sonst ist das Problem schade das ist nämlich genau die Schwierigkeit die war früher glaube ich nicht so gegeben ähm bei den Zeitfahren so wie ich mich dunkel dran erinnere ähm mit dem roten Balken da ging es glaube ich nur um einen Balken und nicht um zwei das macht es natürlich nur ein bisschen herausfordernder ja auf jeden Fall ich glaube jetzt geht es hier nochmal so ein bisschen mehr runter also hier geht es leicht hoch und dann leicht runter sonst hat man hier auch nochmal ein paar mehr Kurven deswegen ja wobei der rote Balken hier haben wir diese Kurven die so ein bisschen runter gehen aber es hat sich nicht viel getan da beim roten Balken das finde ich wie auf 86 es wird keine gute Zeit auf jeden Fall nicht ich meine 86, 87 ich erinnere mich ganz dunkel dran das war so der Richtwert toller ja und jetzt ist der rote Balken alle 8er von 12 naja gut ähm brauche ich nicht viel zu sagen dann lassen wir das mal hier ein bisschen durchlaufen und Vlasov ist dran nicht so die absolut krasse Tagesform aber ja genau ich versuche da hier den Schaden in Grenzen zu halten ich glaube ich gehe auf 86 ja ich gehe auf 86 der rote Balken kommt nicht mit oder doch 87 ist es die 87 ich bin so unsicher ich glaube es ist beides irgendwie ein bisschen ich probiere es jetzt mal so aus ich habe keine Ahnung ob das irgendwie Sinn ergibt oder ob das total doof ist was ich hier mache wie gesagt es hat sich ein bisschen verändert hoppaleut der russische zweitfallmeister auch ähm wie ich gerade bemerke ich weiß gar nicht ob das aktuell ist wie gesagt bei Kämler werden wir das auch gleich sehen ich denke man dass es nicht aktuell ist aber ich weiß es nicht also gerade beim beim russischen da habe ich gerade absolut kein Plan äh muss ich sagen glaube ich auch ein bisschen raus weiß gar nicht wann da die überhaupt die Meisterschaften genau sind ob die auch eben kurz vor der Tour der Frau sind so wie die meisten aber eben nicht alle ja und da ich finde da sieht es schon mal deutlich besser aus ich glaube hier haben wir das Energy ein bisschen besser gemanagt oh jetzt wird es gefährlich nochmal mit dem Mond oh das war ein bisschen zu much am Ende das war ein bisschen zu much maybe jetzt aber die 86 kommen ja ja ziemlich gut aufgegangen wir sind 10er ich weiß nicht ist das gut eine Sekunde hinter Adam Yates hat er was hat er für ein Rating genau das gleiche wie wir also nicht schlecht das kann ich dann daraus schon mal schließen ähm war vielleicht nicht super aber auch nicht schlecht immerhin ja wie gesagt also das wird ohpala na man ähm gehen wir auf die 86 auch äh ja Schachmann fühle ich nicht unser schlechtester Zeitfahrer aber oh what hier ist er ich meine immerhin 16 Sekunden Rückstand auf Van Aert aber trotzdem krass oh Thomas der war hey sorry mein Fehler ach man ich pass nicht auf äh gleichzeitig spielen und kommentieren ist eine Sache die ich nochmal üben muss äh was ich sagen wollte genau äh Thomas war in den äh top 10 von den Favoriten ja auch mit dabei und wir sind vorhin gelandet äh Schachmann war auf jeden Fall nicht bei deinen Favoriten mit dabei deswegen ähm ja was ich eigentlich sagen wollte ursprünglich dass ich mir jetzt hier nicht mehr so viel mehr gebe abgesehen eben jetzt von Vlasov weil ich jetzt nicht das Gefühl hatte dass wir irgendwas hier reißen konnten mit unseren Fahrern ähm und deswegen mir ist jetzt nur wichtig war und dass unser Klassenauffahrer mit dabei ist aber krass also mit Schachmann hätten wir vielleicht doch ein bisschen mehr reißen können weil ich war ziemlich schlecht mit dem gefahren also wirklich also komplett verhauen und dafür dann noch so eine gute Zeit ist halt krass wie gesagt krass ähm ja so jetzt pass ich aber mal auf und noch ein bisschen früher gedrückt so jetzt ist Mallen raus ich meine auch genau irischer Zeitfahrmeister natürlich die Konkurrenz nicht derart groß muss man schon fairerweise zugeben aber immerhin auch keine schlechte Tagesform heute mal gucken vielleicht ne ne 26. bei der ersten Zwischenzeit ich will euch auch mal bei Schachmann reingucken können das habe ich auch irgendwie ein bisschen so weggeskippt ja das ist schon schade bei Schachmann ich habe wirklich ich habe im Leben nicht damit gerechnet dass wir überhaupt ansatzweise so eine gute Zeit fahren könnten sonst hätte ich der wie gesagt mir auch mehr Mühe gegeben aber wir haben noch Kämner oh yes das war es dann aber auch schon wieder Kämner ja da muss die Tagesform wirklich stimmen jetzt so Bennet werde ich auch ganz entspannt fahren da werde ich mir wirklich gar keine Mühe geben also im Sinne von ich werde einfach 80 fahren wahrscheinlich bei dem dass der auch 100% fit ist morgen und der soll ja auch gar nicht gut sein mit der Zeit oder so ich meine bei so einem Konrad oder so da können wir ja okay Konrad hast eigentlich auch niemals noch eine Chance irgendwie was im Klassenau zu reißen außer vielleicht noch mit einer guten Ausreißaktion aber da brauchen wir ja jetzt auch kein gutes Zeitfahren also wie gesagt da kann ich auch wieder ein bisschen schneller fahren ist das nicht so wichtig wirklich da muss ich ehrlich sein weil was was bringt mir ein gutes Zeitfahren jetzt mit zum Beispiel einem Patrick Konrad wirklich so Top 10 Ergebnis oder sowas kriege ich eh nicht hin und fürs Klassement ist es mir halt auch nicht wichtig also ne ob der jetzt 40. oder 80. oder so ist mir dann auch egal eigentlich oder halt eben 20. hätte ich mir jetzt mehr Mühe gegeben wobei wobei das wenn ich dringend bin vielleicht 30. oder so wenn überhaupt Schachmann auf 7 jetzt oh Junge es ist so traurig also ich hätte guck mal die 3-4 Sekunden hätte ich vielleicht noch rausholen können das vielleicht noch in die Top ja Top 5 weiß ich nicht weil es kommen ja auch noch einige hier zum Beispiel aber es werden auch einige kommen denke ich mal die da reinfahren äh Kinder 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 ok da würde ich mir vielleicht dann actually nochmal mir geben das sieht echt gut aus mit der Tagesform heute 87 starte ich mal rein also krass 78er Pro Look ähm Wert für heute das könnte ne Top 5 Wertung geben possible ich weiß es nicht ich bin mir da ziemlich unsicher aber das ist ne Möglichkeit würde ich sagen ja auf jeden Fall geil übrigens hier wie man sieht äh tatsächlich noch nicht das Zeitfahrt Trikot bekommen aber ich finde dieses ähm neue Bohrer Trikot auch echt ziemlich ziemlich nice muss ich ehrlich sagen das gefällt mir sehr nicht dass das ein Grund gewesen wäre das Team hier zu wählen ne aber ist schon sehr cool ich bin aber auch eigentlich seitdem Bohrer Bohrer Hans Gruhr ist also dem die diesen Doppelsponsor haben und seitdem die sich Woltet sind ich glaube zwar gleichzeitig ähm fand ich eigentlich jedes Trikot ziemlich ziemlich nice von denen muss ich ehrlich sagen auch wenn die da ja doch häufig auch mal ein bisschen so andere Varianten und sowas genutzt haben ähm fand ich doch echt alle ziemlich nice muss ich ehrlich sagen da ist auch ne coole Grundfarbe dieses boah was ist das überhaupt ist das noch ein Türkis ich hab keine Ahnung ähm ihr wisst ja was ich meine so ooooh 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 da hab ich am Ende nochmal ein bisschen reingeschissen glaube ich 16 wie war die Zwischenzeit 14 und 13 Sekunden mhm ja die letzten paar hundert Meter damit tatsächlich Hinterschach Junge was ist da passiert wie war das irgendwie zufällig doch ne gute Taktik was ich da bei dem gemacht habe ich weiß es nicht hab die ganze Zeit schnell langsam schnell langsam keine Ahnung kann ich mir nicht schlecht vorstellen also auf jeden Fall früher ganz anders da muss man immer also komplett durchhalten das ist auch nicht das was ich jetzt gerade die ganze Zeit mache zwischen 86 10 mal 80 hin und her wechseln das muss ich jetzt halt irgendwie machen gefühlt aber früher ist wirklich nur einen Wert komplett durchgezogen das war glaube ich das Beste naja Top 10 ich glaube nicht dass es drin ist aber wäre ziemlich nice oder vielleicht 2 in den Top 20 wäre ja noch nicer theoretisch wenn ich das schaffen würde wäre ich auch ziemlich happy auf jeden Fall anderes Thema auch das ich überlegt hatte war DSM actually aber die haben nicht so viel weißt du die haben so Badé ziemlich cool natürlich Tour de France und so ziemlich nice und ich habe keine Ahnung wie man den Namen von diesem Sprinter ausspricht äh wo ist er DSM ja hier keine Ahnung wie man den Namen ausspricht ich will es nicht versuchen ähm ich schwanke halt so zwischen verschiedenen ähm Möglichkeiten und ähm deswegen lass es glaube ich besser ganz sein achso ich stimme ich wollte ihn auf 80 eh stellen da kommen 82 immerhin ähm genau schlafen wir noch auf Platz 10 den kommt wäre natürlich auch noch gewesen bei DSM aber er ist jetzt auch nicht mehr der Fall mit dem ich jetzt wirklich die Ergebnisse anfangen kann und klar will ich halt auch Leute geben mit denen ich halt viele Etappen fahren kann und so nochmal für die Jokes okay das wird gleich noch nie bei einem Zeitfahren passiert aber okay ist das der letzte momentan kann man das kann man das sehen hier ähm ne ich war gerade verwundert aber hier das ist das richtige ähm nicht der Leitzex schau mal okay ja äh Ascreen Montan auch zwei bissiger ist das schon ein bisschen länger auf Platz 1 das ist der letzte der letzte er ist schon wieder ähm wird es also wirkt sich das dann auch auf das ergebnis aus vom Zeitfahren vielleicht sehe ich es gleich an der Zeit ähm rohglitsch erst ja ui vor Ghana und wir werden jetzt auf jeden Fall nochmal 10 17 ja und auch chemner jetzt 23 so und hier sehe ich es nicht nie aber scheiß ich nicht drauf ausgewirkt haben ah ja hier das ist immerhin immerhin rohglitsch auf 1 äh kann ich mir vorstellen in echt dass es sein könnte aber ich glaube ja nicht ich glaube bissiger naja Ghana auf jeden Fall Ghana sehe ich da mit vorne dabei rohglitsch possible aber sonst auch die Namen bin ich mir sehr unsicher ob die es tatsächlich in echt auch so weit nach oben schaffen würden schwierig ist ein bisschen am Längen ja ich glaube da haben wir gar keine oder viele Nachwuchsfahrer die Werte in Jumbo wissen wir ja warten denke ich mal auch in echt nicht so wahrscheinlich wir sind immerhin auf dem achten Platz das könnte auch eine Sache sein die ich gerne immer so ein bisschen mitbeachte wobei unser Team nicht optimal dafür ausgelegt ist im Gegensatz zu zum Beispiel Jumbo Wisma oder ähm T-U-A ähm ah ok wir haben immerhin 16. und 24. ist nicht schlecht ist nicht schlecht bin sich hier noch so ein echt weit vorne weiß ich gar nicht so genau hm 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 ich lasse mich ein bisschen überraschen was mit Thunderpool vielleicht also von Art auf jeden Fall ja von Art klar Safe Call ja wie gesagt schwierig kann natürlich auch gut und gerne vorne mit dabei sein aber also erster wirklich glaube ich eher weniger genau U25 haben wir tatsächlich niemanden dann heißt es nächste Etappe ist diese flache Etappe mit ähm der Windkante am Ende ich denke mal das kriegen wir gut hin Sam Bennett wird für den Sieg fahren denke ich mal also das ist glaube ich schon unser Anspruch ähm ja bis dahin also morgen äh macht's gut ciao ciao so